Lou Reed, den gucken wir uns erstmal an. Ja, genau. Lou Reed ist ja so eine... Ja, er arbeitet so quasi mit dem Genre von Bob Dylan, so wie Bob Dylan wiederum mit Woody Guthrie in seinem Genre gearbeitet hat. Bin ich gespannt, wie es Lou Reed nun auflöst. Er wird uns singen, Foot of Pride. Kennen Sie das? Das kenne ich nicht, aber es ist typisch Lou Reed, dass er sich etwas Seltenes aussucht und das gefällt mir. Was ungewöhnliches. Lou Reed. Ja. Ja. Wuh-hah. Musik 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 Oh, baby, ain't no coming back Look when the pride comes down Hey, 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 ain't no coming back There's a businessman named Red Kista He asked him from heaven, he's out of his head He feeds off everyone that he can touch He said he only needs a cash or sells tickets to a plane plan Not somebody you play around with much Missed a lie that it's his A Philistine is what he is So do one just works with your faith Ah, feed your coconut bed Spice, sponge, and bed If you don't mind sweeping with your head face down in a grave Oh, hey, hey, coming back Don't put a pride come down Baby, hey, 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 coming back Oh, oh, hey, 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 coming back when the pride comes down Oh, oh, hey, coming back Oh, will they choose a man for you to meet tonight Hey, 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 hey You play the fool and learn how to walk through dawn How to enter the gates of paradise Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020